Am 14. März die Linke wählen. Für eine Stärkung der Frauenhäuser in Kassel. Für die Arbeit und Tariflöhne. Für die Gleichstellung von Alleinerziehenden und ihren Familien. Für eine konsequente Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Für weniger Willkür beim Jobcenter. Für bezahlbaren Wohnraum für alle. Für höhere Übernahme und kostende Unterkunft. Für mehr Sozialarbeit. Für ein Amt für Mieterschutz in Kassel. Respekt und Würde. Für echte Unterstützung statt Hartz IV. Weil es jeden treffen kann. Für bessere Kinderbetreuung. Mehr Rechte für Kinder jetzt sofort. Für höhere Regelsätze und mehr Teilhabe. Für Bildungsgerechtigkeit. Für mehr digitale Ausstattung in Schulen. Weil Kinder in Armut nicht benachteiligt werden dürfen. Kassel. Sozial. Für eine Klimapolitik, die soziale und ökologische Frage verbindet. Mehr Üten V. Für die Umsetzung der Beschlüsse zum Radentscheid. Tempo 30 auf den Hauptverkehrsstraßen. Dass es endlich in Kassel eine sichere Infrastruktur für Fahrradfahrer geben wird. Für mehr Parks statt Parkraum. Für 70.000 neue Bäume in Kassel. Resequenten Antikapitalismus. Echten Klimaschutz. Kassel. Ökologisch. Weil die Linke an unserer Seite stand, als wir vor die Einbürgerung gekämpft haben. Wir kommen ihre Selbstbestände in Kassel, damit wir uns endlich alle sicher fühlen. Keine Toleranz gegenüber Faschisten. Für mehr Kunst und Kultur auch nach der Corona-Krise. Viele subkulturelle Orte. Gegen Waffenexporte aus Kassel. Allrecht für alle. Eine starke Linke innerhalb und außerhalb des Parlaments. Mehr Transparenz und Mitbestimmung. Sport fördern und Vereinsstrukturen stärken. Kassel demokratisch. Mach mit uns Kassel zu einer Stadt für alle.